Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Iphilia und wir spielen Dragon Age Origins. Und wir sind gerade hier in irgendeinem Traumwelt-nichts-irgendwas und müssen einen Weg herausfinden. Und ich weiß noch nicht genau wie. Wir gehen mal erst die Räume entlang, die wir so betreten können. Einfach mal, um das hier alles zu erkunden. Wo ist hier ein Gegner? Da ist ein Gegner. Ein Herlock. Das finde ich aber nicht so gut. Hey, hört auf! Das sind viel zu viele. Das mag ich nicht. Nein, 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 nein. Geh weg. Hey, achso. Da ist ja noch einer. Ach, der ist hier hingekommen? Krass. Ich habe gedacht, der wäre noch irgendwo dahinten. Äh. Hier, mach ihn. Kaputt. Kaputt. Los. So. Natürlich. Natürlich. Okay. Das ist also auch die dunkle Brut hier im Traumland. Gewaltige Kraft wäre vonnöten. Ich glaube, wir müssen noch mal irgendwas Kräftiges werden. Aber ich weiß nicht so ganz... Oh Gott, Blutspuren. Okay, hier ist ein Sackgasse. Okay, da haben wir wieder was Böses. Oh Gott. Mein Kater schmeißt hier Sachen runter. Ich kann gerade mich nicht darauf konzentrieren. Ich muss hier kämpfen. Ach. Da hinten ist noch ein Genlock. Na komm. Natürlich. Natürlich. Jetzt sofort greife ich ihn an. Irgendwie würde ich kaum schaden, wenn ich ganz normal angreife. Okay, hier ist aber auch eine Sackgasse, ne? Si, Senorita. Okay, hier ist ein richtiges Labyrinth. Gut, da haben wir noch mehr. Oh Gott, oh Gott. Mächtige Schwünge. Äh. Ems. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Ems. Okay. Und der nächste, bitte. Was war das denn für ein Lachen? Okay, das hier, der Gegenschlag, der hat krasse Ausdauerreduzierung. Merke ich gerade. Ich muss mal ein bisschen darauf achten, was so viel abzieht und was nicht. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Okay, da ist ein... Ein Zauberer. Oh, das... Oh, was? Bin ich, bin ich... Vergiftet? Was, was, was passiert da gerade? Fluch der Sterblichkeit. Achso, oh Gott, ich kann gar nicht lesen, wie lange das jetzt noch verbleibt. War nicht mehr so lange. Komm schon. Okay. So. Wenn ich jetzt noch ein bisschen rumlaufe... Dann geht das wieder von automatisch hoch. Ich will hier keinen, keinen... Keinen Wundumschlag verbrauchen. Wir haben nicht mehr so viele. So, okay. Weiter geht's. Oh, eine Feuerwand. Achso, da hätte ich mich heilen können. Gut, ähm... Kann ich da durch? Okay, kann ich nicht. Ich habe nicht gespeichert, ich Idiot! Fuck! Okay. Da muss ich also irgendwas... Na, fuck, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, da müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen. Es tut mir leid. Okay, da kommen wir also nur durch, wenn wir... Da kommen wir nicht durch. Die müssen wir jetzt nochmal bekämpfen. Oh, fuck, das nervt. Okay, das hat jetzt nicht so viel Schaden, oder? Okay, das hat jetzt nicht so viel Schaden, oder? Bei Abzug auf Angriff. Ich... Ach, ich... Da unten, also wenn ihr da seht, unten rechts, da ist mein Aufnahme-Dingens. Da sehe ich, wie lange die Folge schon aufgenommen wird, und ob sie gerade überhaupt aufnimmt, und so weiter und so fort. Ähm, deswegen kann ich nicht die ganze Beschreibung lesen. Das ist schon nicht so... Aber gut. So, die Kombi ist voll geil, finde ich. So, hier. Kann ich leider nicht so oft machen, weil das doch ein bisschen dauert. So. Ha. Okay. Und wo war der Nächste? Da war noch jemand. So, nehmen wir den hier erst. Ich weiß halt nicht, ob die Gifte so viel bei denen bewirken. Warte, ich bin ein bisschen in Ordnung. Oh. Kein Vieh macht auch Mist. So. Erstmal wieder heilen. So, jetzt können wir weitermachen. Da war nämlich noch einmal hier, und dann war dann der Zauberer, ne? Den ich aber als erstes jetzt... Ah, den Gesandten. Erstmal will ich den Gesandten hier. Der nervt nämlich. So. So. Bevor der diesen komischen Zauber da auf mich spricht. So. Das allererste. So. Okay, das waren jetzt alle. Das heißt, ich komme hier an dieser Feuerwand noch nicht weiter. Gut zu wissen. Ähm, da müssen wir dann quasi wahrscheinlich uns in irgendwas verwandeln, was keinen Schaden an Feuer nimmt. Ich weiß nicht mehr, was es war. An die Maus kann ich mich noch erinnern, aber an den Rest irgendwie nicht. Das heißt, wir kommen aber hier in diesem Labyrinth nicht weiter. Doch, hier, Maus. 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 Als Maus kommt man bestimmt aber auch nicht durch, ähm... durch das Feuer hindurch. Oh Gott, sind wir langsam. Egal. Wir verkleiden... Ach, wir verkleiden. Wir sind jetzt mal... Wiek, 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 wiek. So, was haben wir da? Noch ein Mauseloch. Okay, gehen wir erst mal gucken, was es hier in diesem Mauseloch gibt. Hopp. Okay, hier haben wir was. Was haben wir hier? Essenz der Klugheit. Können wir die nehmen? So, in Mausegestalt. Permanent plus eins auf Klugheit. Weiß jetzt nicht, ob das so wichtig ist. Kann ich jetzt da rangehen an den ganzen Kram hier? Ich hatte gehofft, ich kann die Truhe aufmachen, wenn ich... Ach, schade. Naja, gut. Essenz der Klugheit. Jetzt haben wir eine Klugheit mehr. Ja, das ist doch schön. Das gefällt mir. So, wieder in die Maus verwandeln. Stimmt, als Maus erkennt man uns nicht. Muss ich mir auch mal merken. So, und jetzt durch dieses Mauseloch. Quietsch, quietsch. So, ah, jetzt sind wir... Nee, nicht hinterm Feuer. Das ist auch nicht richtig. Was haben wir denn da? Flammende, dunkle Brot. Tun die uns was, wenn ich mich jetzt an einen Menschen verwandle? Und das Feuer kann ich ja nicht so wirklich. Und das Feuer will ich auch nicht. Oh, daneben. So. Die schmache ich auch kaputt hier. So. Haha, das hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst. So. Hier ist eine Tür, durch die ich durchgehen kann. Aber ansonsten... Ach, da ist auch noch eine Tür. Ich weiß nicht. Durch welche soll ich gehen? Durch die hier? Ich gehe mal durch die hier. Natürlich gehe ich auch diese Tür hier durch. Und durch diese Tür auch. Und hier sind wir schon wieder... Ja. Gott, ich hoffe, das schaffe ich hier. Das werden ja immer mehr. Okay, das hat irgendwie nicht so viel gemacht. WUT-G-FUCK! Okay, ich sollte öfter mal speichern, merke ich gerade. Arrg. Arrg, Arrg, Arrg. Wo hatte ich gespeichert? Hier hatte ich gespeichert. Äh, 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 äh. Okay. Och, Manu. Ich sollte öfter speichern. Ich sollte wirklich öfter speichern. Gut. Gut, 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 gut. Also nicht gut, aber... Gut. Ah, ne, hier war das. Hier war die Maus. Äh, hier war der Mause. Der Mauseloch. Der, das Mauseloch. So, jetzt gehen wir uns erstmal unsere Klugheit wiederholen. Das geht schneller, wenn wir es so machen. Denke ich mal. Und herein mit uns. Dann holen wir uns hier unsere Klugheit. Quitsch, 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 quitsch. Oh, wir sind klug. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Hup. So. Und jetzt machen wir diese Feuerdämonen kaputt. Quik, quik. Quik. Ey. Wieso seht ihr mich? Das finde ich unfair. Das finde ich sehr unfair. So. Gehen wir doch erstmal da lang. Erstmal gucken, was es da so gibt. Oh, noch eine Tür. Oh, noch eine Tür. Oh Gott. Ich brenne. Aber da kann ich theoretisch durch, ne? Ja. Theoretisch. Praktisch komme ich hier aber nicht weiter. Piu. Gehen wir schnell zurück. So. Gut. Dann gehen wir doch hier lang. Ganz sicher gehen hier. Ach, Mann, ey. Okay. Gehen wir doch erstmal auf den hier. Ey. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte gar nicht gesehen. Oh Gott, ey. Hallo. Ich weiß gar nicht. Ich sehe seine Health-Anzeige nicht. Klar, so. Okay, das ging noch um einiges besser. Aber hier gibt es gar kein Weiterkommen, glaube ich. Warte. Ich habe, ähm, ne, nur ein Mausloch. Okay, aber immerhin. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal da durch und gucken mal, wo uns das hinbringt. Hä? Jetzt. Oh. Wahrscheinlich habe ich mich mit einem Zauber dann bewegt oder so. Okay. Was haben wir hier? Ein Genlock, der am Feuer hockt. Oh, guck mal. Wieso haben die mich gerade angegriffen? Wieso haben die mich gesehen? Noch ein Genlock und noch ein Genlock. Ja, komm. Aha, hier bin ich. Huhu. Erwischt. Haha, lustig. Okay, das ist ja hier der Kleinvieh. Das ist ja schnell gemetzelt. Hey, ich dachte, du bist tot. Oh, jetzt ist es tot. Hey, ich bin unterwegs. Wir haben es gesagt, bringen wir es hinter uns, ja? Diese random Sprüche da. Ach ja. So, das ist auch die einzige Sprachausgabe, die unser Charakter hat. Diese blöden, dummen Sprüche. Gut, hier ist aber sonst nichts. Haben wir nur ein bisschen XP gekriegt. So. Huch. Es wird gespeichert. Das ist schön. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich ja speichern sollte. Okay. Wen finden sie hier nicht? Okay. Vielleicht sollten wir dem helfen? Komm schon, helf dem Typen. Templer-Geist. Ne, den da. Den sollst du erst angreifen. Dem geht's nicht so gut. Ich kann den nur leider nicht heilen. Emsi. Huch. Habe ich die jetzt alle kaputt gekriegt? Geist der dunklen Blut. Oh nein, nicht dieses scheiß Zeug hier. Oh. Der hat ja eine richtig beschissene Synchronstimme, muss ich ja mal sagen. Warum hilft das nicht? Äh. Natürlich. Warum hilft das nicht? Warum hilft das nicht? Warum hilft das nicht? Warum hilft das nicht? Wir sterben gleich. Geistgestalt. In der Geistgestalt bist du besser gegen Zauberer gewappnet, gleichzeitig aber anfälliger gegen körperlichen Schaden. Darüber hinaus siehst du, siehst du Dinge, die normalerweise im Nichts verborgen liegen. Ich hab ein bisschen, kann ich mich jetzt verwandeln irgendwie? Vielleicht bringt das ja was. Das war jetzt... Regeneration. Da können wir... Ah, okay. Eisige Umarmung, zermalmendes Gefängnis. Was seh ich denn sonst so? Was seh ich denn hier für Sachen? Wie geil. Ich fliege. Essenz der Willenskraft. Permanent plus eins auf Willenskraft. Oh nein, gibt es auch in diesem ersten Raum. Ist das auch was, wo wir Willenskraft kriegen? Ich bin, wie er die Arme so vor sich blickt. Ich seh nix. Okay. Jetzt haben wir das hier dann jetzt geschafft, oder was? Ich will nochmal kurz dahin gehen. Da war doch auch sowas. Hier, guck mal da. Essenz der Willenskraft. Die will ich dann auch kriegen. Das war mir nicht bewusst, dass ich da hätte etwas tun können. Aber vielleicht... Oh Gott, bist du langsam. Wenn ich so bin... Ah, dann kann ich es nicht benutzen. Ich kann es nur benutzen, wenn ich... Ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Dann ist ja gut, dass wir hier nochmal zurückgegangen sind. Ich meine, Willenskraft ist, glaube ich, nicht so wichtig für uns. Aber hey! Man kann alles gebrauchen. Gut. Wo waren wir jetzt gewesen? Da sind wir gewesen, ne? Invasion der dunklen Brut. Komm, wir gehen mal da hin. Ich weiß noch nicht so ganz... Ich hab echt noch nicht so den... Ich weiß echt nicht, was ich hier so mache. Wir gehen mal wieder so in normale Form rein. Okay, da haben wir wieder diesen Ausgang, den wir nehmen können. Ein Buch. Wo ist denn da ein Buch? Da ist ein Buch. Das Recht der Auflösung. Da kriegen wir also Informationen über die Auflösung. Das war ja das, wo die Templer in der... Oder dürfen dann quasi alle Magier umbringen. Nein! Die sieht ja jeder. Deswegen bin ich auch so leicht durchgelaufen. Okay, hier haben wir nur ganz viele Abscheulichkeiten. Aber keine Chef-Abscheulichkeit sozusagen. Kann ich hier... Oh, ne, wir haben nicht mehr so viele Formen. Ich möchte sie noch für schlechte Zeiten benutzen. Aber ich sollte noch ein bisschen öfter das Schlangengift benutzen. Davon haben wir noch so viel. So. Die fliegen! Aua! Ey! Aufhören! So, okay. Da war theoretisch ein Morseloch. Was haben wir hier? Ein... 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 Ein Schriek. Ein Mauseloch und ein säurehaltige Schmierfalle. Tun wir mal hier ein... 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 Dingsu. Oh, da kriegen wir nur 5 XP. Okay, ähm... Hm... Hm? Wenn ich jetzt dieser Geist werde, kann ich denn irgendwas anderes hier sehen? Nee, ne? Ah. Kann ich hier durch? Portal ins Nichts. Ja, aber da will ich ja gar nicht hin. Da ist auch ein Portal ins Nichts. Okay. Da will ich aber überall nicht hin. Ähm... War es das dann hier? Irgendwie schon, ne? Los geht's! Ah, okay. Ah, okay. Ich komme woanders raus. Ich komme da raus. Okay, dann gehen wir mal durch das Portal. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Okay. Äh... 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 What? Komm, wenn ich hier durchgehe? Wo komme ich da raus? Ich bin schon unterwegs. Hm. Äh, ich verstehe ich nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier erstmal durch die Mäuse-Dinger. Oh. Ich sollte mich einfach verwandeln und nicht währenddessen schon anfangen zu laufen. Das hilft. Okay, hier kommen wir da raus. Ja gut, das war ja, ähm... Das war... Da waren wir ja schon. Vielleicht kommen wir ja hier weiter. Oder kommen wir da wieder vorne raus. Nee, wir sind hier neu. Okay, super. Oh! Nein. Können wir hier durch die Türen gehen? Ohne das... Also, können wir hier durch die Türen gehen als Maus? Nein! Kriegen wir den tot? Oh nein, ich kann nicht speichern als Maus. Warte. Warte, warte, warte. Das ist mir jetzt wichtiger hier. Warte. 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 So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh nein, er sieht mich! Das finde ich jetzt aber nicht gut. Achso. Oh Gott! Au, 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 au! Aua, au, au! Auf! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Ich kann da noch nichts führen. Ja. Warte. Nee, und nicht unfairer Kampf. Hier, nimm das. Okay. So. Kann ich hier mal kurz so dann machen? So, und jetzt hier... Wo ist jetzt dieser eine Typ hin? Okay. Da war doch gerade noch jemand. Habe ich den auch umgebracht? Habe ich das echt... Habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe? Boah, bin ich gut! Okay. Was ist das denn hier? Ein Spiegel. Kann aber nix. So, wo sind wir denn jetzt hier? Waren wir hier schon? Komm her! Ja, komm! Na, komm! Scheulichkeit des Hungers. Aua! Hm, da trau ich mich nicht rein. Kriegen wir noch irgendeine Gestalt? Gewaltige Kraft wäre nöt... 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 So, wo sind wir jetzt hier? Sind wir... Wir sind jetzt hier, wo der Troll war, ne? Ja, okay. Der Ogre. Troll, Ogre... Ich hab keine Ahnung. Achso, ja. Da kommen wir ja gar nicht weit. Okay, ähm... Och, ich würd mich jetzt... Och Gott, ey. So, okay. Äh, hier sind wir noch nicht durch. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Äh... Hier wieder, okay. Das bringt mich jetzt irgendwie nicht weit... Oh Gott, sorry. Das bringt mich jetzt irgendwie nicht weiter. War das das richtige Mauseloch? Ach... Ja, war's. Okay, gibt es hier noch ein Mauseloch? Oder irgendwas Wichtiges, was wir hier sehen können? Nö, ne? Lyriumader, gut, die bringt uns ja jetzt erstmal nichts, glaube ich. Äh... Da ist ein Mauseloch und hier hinter ist ein Mauseloch. Kurze... Kurze... Fünf? So. Dadurch? Sterben wir direkt, ne? Ja, wir sterben direkt. Okay. Hätte sein können. Hätte, hätte verab... Kann man das löschen? Wahrscheinlich braucht man dafür eine Gestalt, ne? Dass man durch Feuer kommt. Gut. Ähm... Dann kommen wir hier aber auch nicht weiter. Dann kommen wir hier nicht weiter. Es sei... Oh, der Troll ist weg. Äh, der Uga ist weg. Es sei denn natürlich, durch dieses Mauseloch kommen wir noch irgendwo anders hin. Nee. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Dann kommen wir hier nicht weiter. Erstmal. Vielleicht sollen wir woanders hingehen. Oh Gott, ich kann mich da echt so null dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich es ätzend fand. Albtraum des Templars. Invasion der dunklen Brut. Doch einen nichts. Der Magierbrecher. Okay. Kurz das Map angucken. Oh, das sind alles so riesige Gebiete hier. Gut. Gehen wir mal... Gehen wir mal erst speichern und dann durch diese Tür. Nein? Okay. Dann gehen wir durch die andere Tür. Hier können wir durch. Okay. Was haben wir denn hier alles? Oh Gott, der schreckt mich nicht so. Oh. Wow. Das kam unerwartet. Hm. Hat der mich einfach auf dem falschen Bein erwischt? Oder sind wir so schlecht? Warte, da will ich kurz nochmal hier gucken. Kann ich hier irgendwas sehen oder so? Nee. Okay. Äh, so. Okay. Wow. Okay. 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 Vielleicht als sowas hier? Los geht's! Warte. Verwandle dich mal erstmal ordentlich. So. Wir müssen... Oh Gott, die sind so langsam. Mich sieht niemand, weil ich auch niemanden sehe. Ha! Okay. Vielleicht kriegen wir mit dem das irgendwie kaputt hier. Ich habe genug! So. Guck mal. Ich kann nämlich auch zaubern. Was ist denn das hier? Regeneration? Okay. Kann ich mir denken. Okay. Kauerkraft schießen. Ich habe hier ein Käfig aus telekinetischer Kraft. Eisige Umarmung. Komm, wir machen erstmal... Achso, das können wir auf uns machen. Okay, das hat gar nichts gebracht. Hier. Da. Ich... Okay, können wir auch eigentlich Heilzeug benutzen als Geist? Nein, können wir nicht? Okay. Äh. Okay. Das war unerwartet. Hey, ich wollte mich zurückwandeln. Verwandeln. Hä? Hä? Okay, wir sind jetzt wieder viel hier in... komischer Form. Ich will meinen Skin zurück. Oh nein. Wir sind auf ewig ein... komischer... ...komischer Typ sein. Da, so will ich aussehen. Okay. Ach, guck mal. Whatever hat voll... ist es auch besser, sich wieder hier als Geist zu verwandeln? Vielleicht? Haha, ich werde euch alle umbringen. Und erstmal auf mich eine Heilung wirken. Und dann werde ich euch... ...eisig umarmen. Und irgendwas mit einem Gefängnis machen. Und dich hauen. Und nochmal eine eisige Umarmung machen, weil dann zerfällst du zu Eis. Okay, was ist das denn hier? Essenz der Magie. Natürlich. Wer braucht es nicht? Gut. Äh. Jo. Wir können niemandem trauen. Doch, die lösen mich nur einfach. Wir sind hier. Ganz wunderbar. Bekämpfen die sich gegenseitig? Okay, die bekämpfen sich nicht gegenseitig. Doch, die bekämpfen sich schon irgendwie gegen diese Seite. Hä? Verrückter Magie? Okay, die... Ich habe keine Ahnung. Wir gehen nochmal in die Geistgestalt. Und heilen uns. Oder was auch immer Regeneration bedeutet. Hey! Hör auf! Finde ich nicht gut, was du da machst. Patsch. Okay. Äh. Was ist das hier? Geht das nochmal weg? Ah, ja, es geht nochmal weg. Okay. Äh. Da ist auch noch irgendein Zauber auf dem Typen. Aber da kann ich nichts Besonderes mit machen. Okay. Gut. Ja, ähm. Haben wir erfolgreich die ganzen Magier hier umgebracht? Ach, hier geht's weiter. Ein Diener. Hey, warum reifst du mich an? Ich hab dir nichts getan. Oh je, dein Kopf. Warum so kopflos? Okay. Waren das alle? Ich... Oh Gott, ey. Dieses Traumlabyrinth ist so schrecklich. Was ist jetzt los? Bin ich... Hä? Bin ich über eine Falle gelaufen, oder? Er will kämpfen, dieser blöde Diener. Oh. Okay. Nächste Tür. Okay, da ist Feuer. Da können wir nicht lang. Wie Quest aktualisiert. Was denn? Bin träum verloren, entkomme aus dem Nichts. Alistar ist irgendwo im Nichts. Befreie Morrigan irgendwo im Nichts. Erkunde das reine Nichts. Finde Dämoni... Hä? Durchquere den Albtraum der Templer. Entkomme aus dem Albtraum voll dunkler Wut. Finde einen Weg, die Flammenbarriere zu überwinden. Ja. Das heißt, wir kommen hier auch nicht weiter. Gab es hier irgendwo ein Mausloch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hier. Doch, da ist ein Mausloch. Dann gehen wir doch mal das ruse Mausloch hindurch. Wow. Bin ich ja weit gekommen. Okay, aber hier sind wir auch noch nicht durch, ne? Ah, was ist das denn? Zeichen der Stärke. Dann nehmen wir uns doch noch was Stärke mit. Stärke ist nicht schlecht. Und was haben wir hier? Ein Bücherregal. Hierarchie des Zirkels. Okay. Das war halt... Ach, das war wahrscheinlich wieder so eine Art Schatzraum, den man nur als Maus betreten kann. Gut. Dann würde ich vorschlagen... Gehen wir mal zu dem brennenden Turm. Ich versuche immer noch hier rauszufinden, wo ich eigentlich was machen muss. Da bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich sicher. Und, ähm, ja, ich würde die Folge jetzt hier nochmal beenden, weil ich schon wieder über meine eigentlich mir selber vereinbarte Zeit bin von, äh, 20 Minuten. Aber hey, es macht gerade so Spaß. Oh Gott. Ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.